Und dann schreibe ich mich dann, willkommen zu einer kleinen Runde agar.io. Wer von euch jetzt noch nicht weiß, was agar.io ist, der kann gerne mal bei meinem ersten Video dieses Spiels vorbeischauen, was ich vor einigen Monaten tatsächlich schon hochgeladen habe. Und ich dachte mir einfach mal, weil ich heute sowieso keine Zeit habe, ein anderes Video zu produzieren und sonst heute gar nichts kommen wird. Ich fange einfach schon mal an zu spielen. Währenddessen kann ich ja mal meine durchgedachte, wirklich wohldurchdachte Ausrede erklären, warum denn am Sonntag kein Video kam. Ja, das Ganze hatte einfach den Grund, dass am Samstag tatsächlich mein PC abgeschmiert ist. Nicht nur mal abgeschmiert, sondern es hat sich das Betriebssystem zerschossen. Ich habe danach den kompletten Samstag eigentlich damit verbracht, mein Betriebssystem neu zu installieren. Und zwar das gute Windows 10, was ich ja schon seit einiger Zeit schon habe. Jetzt werden wieder die ganzen Leute unter Windows 7 hier kommen und mir meinen, ja, Windows 7, da wäre dir das nicht basiert. Aber ich sage, nee, das ist immer schon passiert. Das ist einfach Windows-Standard. Das ist bei jeder Windows-Version, wo man passiert, dass ab und zu mal einfach denkst, nee, komm, kein Bock mehr. Wir schmieren jetzt ab und das war es dann eigentlich auch mit deinem PC. Und ich bin gerade verreckt, weil ich behindert bin. Äh, ja, fangen wir neu an. Wir gehen das Ganze jetzt richtig taktisch an. Wir fressen erst mal Punkte. Das ist nämlich eine ganz... Oh, 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 alter, alter, nee. Wir fressen erst mal ein paar Punkte, aber hier ist gerade schon wie zu viel Stress für mich. Ähm, ich bin noch so klein, ich kann das noch nicht so vertragen. Guck mal, da unten seht ihr meine Scores? 27, 31, 33. Wir wachsen auf jeden Fall rasant. Nee, du frischst mir meine Punkte hier nicht weg. Alter, was, was... Junge, die haben es ja wirklich alle auf mich abgesehen. Die haben immer noch keine Nick-Funktion hier eingeführt. Das ist ja voll die Scheiße hier. Ich komme noch mal in den Stimmbruch. Wir werden jetzt einfach mal schauen, dass wir hier noch irgendjemanden vielleicht kriegen. Und einfach mal schauen, dass wir vielleicht ein bisschen größer werden. Und wir vielleicht mal ein bisschen mitmischen können. Ach, du Kacke hier. Was passiert hier gerade? Ihr frisst... Ach, scheiße. Fick dich. Nein! Fick... Ich gebe nicht auf. Wir fressen weiterhin Punkte. Und du nimmst die mir nicht weg. Super Sache. Wir verfolgen mal Sohne. Sohne ist nämlich cool. Und wer es übrigens bemerkt hat, ich habe noch mal ein bisschen mit dem Mikrofon Einstellungen hier rumgespielt, tatsächlich. Und bin jetzt ein bisschen hier am... Ja, das klingt alles ein bisschen anders. Ich weiß nicht, ob es so besser klingt oder nicht so gut. Wenn nicht, dann sagt mir, was ich nehmen soll. Lieber das, was ich letztes Mal im Video ganz am Ende hatte oder das jetzt hier. Wir sind doch mittlerweile doch schon relativ groß. Und das einfach nur durch Punkte fressen. Obwohl das eigentlich gar nicht so effizient ist. Normalerweise diese Punktefress-Taktik. Aber ich habe es gerade tatsächlich relativ weiter durchgebracht. Und da hinten, da sind echt viele Leute jetzt. Oh mein Gott. Da geht... Alter! Hier, nee. Nee, 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 nee. Hier geht es wieder ab. Hier geht es... Oh mein Gott. Ich muss irgendwie hier raus. Irgendwie hier raus. Ach, du Kacke. Ach, du Kacke. Nee. Nee. Okay. Leute. Jetzt. Diesmal wird es was. Ich fresse Punkte. Das ist so stressig hier. Echt. Ohne Spaß. Also es ist echt... Es ist echt krass. So. Okay. Ich fress einfach mal weiter Punkte. Ich fress weiter... Oh mein Gott. Alter. Immer diese... Nee. Dicker. Alles klar, Leute. Alles klar. Es wird noch was. Es wird noch was. Ich glaube ganz fest daran. Ach, du Kacke. Hier. Oh. Den habe ich aufgefressen. Wollte ich eigentlich gar nicht unbedingt. Aber wenn du schon in mich reingehst, dann sage ich natürlich nicht nein. Ich habe jemanden zerteilt, aber das bringt mir jetzt glaube ich relativ wenig. Einfach aus dem Grund, dass... Leute, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ich bin gut in diesem Spiel. Da kann mir keiner was sagen. Ich bin gut. Ach, du Kacke. Was hat der jetzt für Probleme hier? Was will der jetzt von mir? So. Ich frage mich gerade, ob der eigentlich Mark schreiben wollte und das nur zu inkompetent war... Wahrscheinlich. Ach du Scheiße, 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 ach du Scheiße. Was war das jetzt für eine Scheiße an Teamwork, Alter? Leute, ein Versuch noch. So scheiße war ich tatsächlich in aga.io schon lange nicht mehr, beziehungsweise so scheiß Mitspieler, die hatte ich schon lange nicht mehr, die alle so unfetterten und mich einfach nicht gewinnen lassen. Das war all die Kacke hier alles. Aber ich schätze mal, das ist okay. So, haben wir direkt beide auf einmal gefressen. Der eine, der... Alter, da erscheint einfach mal so ein Punkt. Einfach so, ne? Stell dir mal vor, du bist so richtig fett und der erscheint einfach in dir drin. Dann bist du richtig am Arsch. Wir haben auch schon wieder eine Masse von 180, was echt nicht viel ist, aber... Es ist ein Anfang. Es ist auf jeden Fall eine Basis, auf der wir schon mal bauen können. Und hier ist 9-Gag. Ich bin tatsächlich nicht aktiv auf 9-Gag. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt wird es wieder... Jetzt wird es... Das ist doch nicht, ihr verfliegter Ernst. Ne, Leute, das war es dann jetzt auch erstmal mit diesem Video. Ich denke, jeder von euch hat eingesehen, dass dieses... Dieses ganze Spiel nur aus Hackern besteht. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann. Bleib schlammig und so. Und vergesst nicht eine Bewertung dazulassen. Tschüss. So eine Kacke, Alter. Ich hab überhaupt keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Ich hab espaço. Bis dann. Vielen Dank.